Musik Auf dem Planeten DIGITUS besucht TORK seinen Freund Morg, der gerade dabei ist, sein DIGI-Haus zu bauen. Hallo Morg, wie läuft der Hausbau so? Nicht schlecht. Bis auf ein paar Kleinigkeiten. Meine Werkzeuge gehen ständig kaputt. Ich verstehe meine eigenen Pläne nicht mehr. Und ich habe die Hälfte meiner Eurox dafür verschwendet, Sachen zu kaufen, die ich letztendlich gar nicht brauche. Ich habe mir das alleine irgendwie einfacher vorgestellt. Hmm. Oh mein Gott, es fällt auseinander. Auf unserem Planeten Humanitus verwenden wir STANDARC zum Bauen von Gebäuden. STANDARC ist das am weitesten verbreitete Werkzeug in der Humanitus-Gemeinschaft. Wir verwenden es für verschiedene Ressourcen. Es ist gut nutzbar, nachnutzbar, robust und nachhaltig. Hier, ich zeige dir, wie es geht. Wie du siehst, mit STANDARC kannst du Ressourcen und Bautechniken teilen. Wir nennen das Interoperabilität. Bei Marloks Tentakeln. Und noch viel besser. Du kannst STANDARC auch für eine Menge Reparaturen und Wartungsarbeiten benutzen, sogar wenn du das Haus nicht selber gebaut hast. Durch das Erstellen und Verwenden von STANDARC können wir dieselben Ressourcen und das damit verbundene Know-How mit allen Humanitusianern teilen, wo immer sie auch sind. Auf die Plätze fertig los! Macht euch bereit und verwendet STANDARC. Klingt gottastisch! Klingt gottastisch! Klingt gottastisch! Untertitelung des ZDF, 2020